Als nächstes kommen wir zu einem sogenannten Hardware-Projekt. Wir haben nämlich da auch einen Raum, wo wir ganz viel Technik haben, mit dem du Sachen drucken kannst, zusammen löten. Und wir haben auch eigentlich jedes Jahr auch wieder wirklich Hardware-Projekte. Das ist eins davon. Und ich finde die immer besonders cool. Und ich hoffe, dass ihr sie auch besonders cool findet. Vor allem auch, weil das Thema wirklich wichtig ist und ein wichtiges Problem anspricht. Von daher einen großen Applaus zu Clean Air Everywhere. Okay, so läuft. Also wir sind einmal Sascha, Freddy, Moritz und dort drüben Leila und Nastja vom Projekt Clean Air. Am Anfang haben wir uns gefragt, gibt es überhaupt genaue Luftqualitätsdaten von Deutschland? Wir sind nämlich draufgekommen, dass die meisten Luftsensoren nur in den Städten und eben kaum auf dem Land sind. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, wie die Luftqualität oder generell die Luft auf dem Land aussieht. Dadurch kann es halt passieren, dass wir eigentlich offensichtliche Luftverschmutzungsquellen einfach übersehen, weil wir keine Daten über diesen Ort haben. Um dieses Problem zu lösen, haben wir an Fahrradfahrer gedacht. Fahrradfahrer fahren nämlich nicht nur in den Städten und großen Verkehrsstraßen lang, sondern eben auch im Land, Dörfern und Feldwegen und sowas. Und die könnten einfach indirekt sozusagen Luftqualitätsdaten über den Ort sammeln, wo sie gerade waren. Dann kommen wir jetzt einmal zum Endprodukt. Unser Endprodukt war ein mobiler Luftqualitätssensor am Fahrrad mit der Webseite inklusive Karte von Deutschland, wo die Sensoren gesammelt und visualisiert werden. Und dadurch kann man Luftverschmutzungsquellen aufdecken, wie zum Beispiel illegale Müllverbrennung. Hallo, also wir haben dafür benutzt im Backend Java mit Springboot, also als Framework im Frontend der Kollege gemacht mit View und OpenStreetMap. Das ist schön, dann muss man keine Karten selber machen. Und auf den Minicomputern, die kommen nachher noch, die sind mit C++ vollgeschrieben. Hardware-mäßig haben wir da ein ESP verwendet, die sind Arduino-ähnlich, können sich aber mit dem Internet verbinden, das ist toll. Und ja, ansonsten haben wir noch so einen coolen 3D-gedruckten Kasten dafür gemacht. Ja, da druckt der Kasten gerade im 3D-Drucker. Und das da drüben ist einmal unser Projekt auf dem Breadboard und das, was uns wachgehalten hat die ganze Zeit. Hier kann man einmal die Hülle sehen, die wir am Ende 3D ausgedruckt haben. Jetzt kommen wir einmal zur Live-Demo. Hier sehen wir einmal zweimal im Prinzip das Gleiche. Das ist unser Minicomputer, also das Gehirn von unserem Prototypen. Und da ist der Sensor, der die Daten dann an den Computer schickt. Unser Computer, der kann sich mit dem WLAN verbinden. Deshalb, wir sehen jetzt nicht nochmal irgendwie, dass das an meinen Laptop angeschlossen ist, sondern das funktioniert komplett kabellos. Und da ist im Prinzip nochmal das Gleiche drin, nur eben etwas schöner mit einem Alpaca-Sticker. Genau, wenn man das jetzt einmal einstöpselt, dann werden diese Sensoren jetzt erstmal langsam starten. Am Anfang braucht das noch ein bisschen Zeit, weil die sich noch quasi aufwärmen müssen. Und das heißt, ich gehe nochmal ein bisschen auf ein paar Details ein. Unser Gedanke, weil wenn die jetzt auf dem Fahrrad so durchs Land fahren oder so, haben die ja nicht dauerhaft eine Internetverbindung. Das heißt, in der Zwischenzeit speichern sie quasi die ganze Zeit ihre aktuellen Positions- und Luftqualitätsdaten. Und wenn man dann wieder zu Hause im WLAN ist, werden diese Daten dann hochgeladen an unser Backend, also unser Server mit einer Datenbank. Und dazu haben wir dann halt einen Frontend, also eine Webseite, wo man dann auf einer Karte diese Daten gesammelt sehen kann. Genau, wenn es gut läuft, dann sieht man jetzt auch schon auf unserer Webseite, wie erste Punkte ankommen. Wir haben jetzt noch keine echten GPS-Daten. Das heißt, wir sehen jetzt hier quasi, wie diese beiden Sensoren live quasi zwei theoretische Routen abfahren in Hamburg. Einmal oben, so eine kleine Ecke und um die Eiz da drumherum. Genau, und wenn wir jetzt, also das sind tatsächlich auch die Live-Daten. Das heißt, wenn wir da einmal reinpusten, dann sollte da quasi grüne Punkte sind gute Luftqualität, rote Punkte bedeuten eher schlechte Luftqualität. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht. Also weiter oben. Genau, da werden die Punkte jetzt schon so von grün zu orange. Ein bisschen dunkel-orange. Wenn man noch mehr pustet, werden sie auch irgendwann rot. Und ja, so würde das dann später aussehen. Genau, es hat natürlich nicht alles sofort geklappt, sonst wären wir ja auch sofort fertig gewesen. Wir hatten noch unterwegs ein paar Probleme. Unser erstes Problem, womit wir uns die ersten paar Stunden beschäftigt haben, war, dass quasi die Verbindung zu unseren kleinen Mikrocontrollern mit dem Laptop überhaupt nicht geklappt hat. Die konnten wir gar nicht programmieren. Am Ende war es dann ganz klassisch, wir haben ein USB-Kabel erwischt, welches nur Strom und keine Daten überträgt. Aber das dauert, bis man das herausfindet. Das zweite war, die Sensoren, die wir zuerst verwenden wollten für Luftqualität, wollten eine andere Spannung, als wir tatsächlich hatten. Aber dann haben wir doch noch gute gefunden, die auch bessere Daten liefern. Und ja, danach noch ein bisschen das Einrichten unserer Entwicklungsumgebung. Das hat natürlich auch alles nicht direkt geklappt. Aber mit ein bisschen Zeit und Expertise haben wir es dann herausgefunden. Genau. Und aber auch, was auch ein bisschen Probleme öfters bereitet hat, war die Verbindung zwischen diesen Mikrocontrollern und unserem Backend. Das war alles Mögliche, von falsch eingegebenen Adressen, vergessenen Port genau anzugeben, Sicherheitsprotokolle, ob man die jetzt nimmt oder nicht nimmt und wie genau. Aber mit Ausprobieren geht irgendwann alles. Als nächstes schauen wir uns die Ausblicke und offenen Punkte an. Wir wollten einen GPS-Sensor anschließen, damit wir wissen können, wo sich der Sensor befindet und wo die Daten gesammelt werden können. Verbesserte Datensammlung auf der Website. Das heißt, dass wir genaue Daten von der Luftverschmutzung bekommen, wäre besserungsmöglich. Besserungsverbesserung? Außerdem würden wir es noch möglich machen, dass wir Luftsensoren messen können, zum Beispiel wie Feinstaub, um zu erkennen, wo schlechte Luft ist. Eine Möglichkeit wäre, dass der Sensor einzeigt, wenn er zum Beispiel Erschütterung gibt, also wo die Straße holprig ist, dann zeigt er das halt an. Ja, und es wäre cool, wenn wir noch mehr solcher Kästen entwerfen könnten. Dann wollten wir euch noch einmal kurz zum Abschluss erzählen, was wir dieses Wochenende gelernt haben. Also wir haben vor allem gelernt, gemeinsam im Team zu arbeiten. Außerdem haben wir uns auch, wie gesagt, mit 3D-Druck befasst und uns da halt noch ein bisschen fortgebildet. Für mich war auch ein bisschen die Arbeit mit dem Breadboard neu. Also da kenne ich mich jetzt auf jeden Fall schon besser aus als vorher. Und wir haben vor allem auch gelernt, wie man Daten auf einer Karte visualisiert. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.